Das spezielle Versuchsgelände hatte man bei der Stadt Nauen gefunden. In einem für die Wellenausbreitung günstigem Feuchtgebiet entstand auf einem Pachtgrundstück Telefunkens erste Großfunkanlage. Die Anlage wuchs bis 1920 zur größten Nachrichtenstation der Erde. Mit Ende des Zweiten Weltkriegs kam ihr Untergang. Übrig blieb nur das leere Stationsgebäude. Erst Jahre nach der Teilung Deutschlands begann Ostdeutschland auch hier mit seinem Nachrichtenfunk. Aber nicht nur das. Gleich nebenan entstand noch eine Sendestation für den Auslandsdienst Radio Berlin International, das Pendant zur Deutschen Welle.